Schönen guten Tag miteinander und herzlich Willkommen zu einem neuen Video. Ähm, heute Industria, Industria, keine Ahnung, ist im Epic Store, ähm, die Woche gratis. Und ich habe gedacht, ich mache doch ein Video und teste das, weil, was ich so gesehen habe in der Vorschau, hat richtig gut ausgesehen. Also, so auf den ersten Blick. Es hat irgendwie so ein bisschen an Half-Life 2 erinnert. Äh, 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 Half-Life 2 und irgendwie hat mich das motiviert, das Ding einfach mal zu testen und ich würde sagen, New Game, äh, normal. Und wir schauen, was passiert. Ich hoffe doch, es wird super. If you're playing on Hardcore, you'll need to find typewriters to save your game. Okay, wir spielen nicht auf Hardcore. Das heisst, wir brauchen keine Schreibmaschine. Auch jetzt, 9. November 1989, Berlin, Deutschland. Okay, hier ist es jemand vertisch. Ansonis ist es, ob es geçit wird. Ach soveda. Wait, I just came in from the office. I just fell asleep on the sofa. I was dreaming of really weird things. Are you still in the office working? Yes, I saw you leaving. Listen, our central processing unit, Atlas, is out of control. I just discovered parts of it all over our servers. Well, just shut it down then. Impossible. It's spread too far already. But there is something else. When people are gathering at the checkpoint, Bornholmerstrasse, it's happening. Comrade Schabowski publicly said that the wall is open in a press conference just one hour ago. Wait, what? They closed down the office. Stassi is already here. They're taking everything apart. But all the work, it can't be for nothing. Nora, I have to... Uh-oh. Wait, let me come over. We'll figure it out. No, I don't want to drive you into this. I need to leave now. What do you mean you need to leave? Walter, wait, stop. I love you more than anything, Nora. Walter, wait. Walter, hello? Did he just hang up on me? Huh? Oh, he speaks German in the TV. That's really nice. And we're in the game, so how it looks. It's running pretty fast. I'll see if I can see if I can see if I can see the gameplay, accessibility, language. Oh, look, also here is German. So good. Und der Titel, ja, ja, let's do it. Let's do it. Let's do it, let's do it. Gut, und weiter geht's. I really need to look for Walter. I just hope you didn't do anything stupid. Aha. Irgendetwas stimmt da nicht. Moment, ich muss da schnell. So, mal schauen, ob es jetzt besser läuft. Ja, ja, jetzt ist gut. Okay, eben, wo sind wir da? Oh, du kannst Scheisse auflesen. Oh, oh. Okay, was ist das? Warfisher. Oh, da kannst du den ganzen Mist auflesen. Oh, oh, das ist eins von diesen Spielen. Okay. Wenn wir da einen Schränk aufmachen. Nicht, hm. Nur Zügelbodenröhre. Jaha. Das ist auch eine hässliche... Gut, wenn es spielt, das ist 1946. Okay, dann haben alle Wohnungen so ausgesehen. Hahaha. Ja, ja, lesen können wir es anders mal. So, was ist da draussen los? Nicht. Gut. Okay. Ui. Nachbar. Hast du gehört, was abgeht? Nachbar. Wieso ist das Ding draussen? Das müsste doch eigentlich innen sein, die Klappe, nicht? Hm. Okay. Nachbar. 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 Mhm. 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 Nehmen wir ein Auto in der Garage. Da unten wohne ich Leute mit der Klappe draussen. Hä? So dumm. Also. Hat schon der Trabi montiert. Walter wasn't kidding. Hahaha. Ja, ja, nicht. Da müssen wir durchgehen. Ja, wir können da rennen. Nice. Da können wir nicht rein. Da können wir auch nicht durch. Da gehen wir halt nach vorne, gell? Ah, ist das eine hässliche Wohngegend da, du. Unglaublich. Huh. What the? Tangent Resonance. It's not usually like that. Huh. drum aus voll mit den Insekten schönen Moment schönes Detail so es läuft da vorn Erdbeben da Scheisse ist aber auch so niemand rum und nur Trabis fast leicht übertrieben so die rarpeb und dann Halloooooo Das ist eine gute Frage. Ja, dann gehen wir halt die lift. Die merkt, Peppe, sollte man nicht lift fahren. Hallo. Die liftmusik. Focus Nora. Walter ist weg. Hier wäre sein Büro. Walter Rebel. Walter? Hat er schon hergegeben. Ja, ich denke es auch. Oh, das hast du davon. Wenn du einfach auf mir das Telefon aufhängst, Mann. Den Scheiss gut zusammenlesen, du Penner. Ja, das ist gut. Das ist noch hilfreich. Komm, gib es. Gib es hin. So. Da hat jemand ein Bett gebaut. Sehr gut. Ähm. Was ist das? Man, nur ein CIA. Die CIA aus den 40er Jahren, oder wie? Der T. Alherd. Spiel gespeichert. Spiel gespeichert. Wo sind alle? Spiel gespeichert. Spiel gespeichert. Spiel gespeichert. Ja, alles ein wenig umstellen, gell? Wenn wir noch Code haben... Archiv? Wo ist das Archiv? Arbeitsgruppe 1, Abteilungsleitung. Archiv? Ja, Archiv. Und welchen haben wir heute? Der 9. 2309. 2309. 2309. Ah, oh. Nein. So gut. Schon wieder ein Lift. Unsympathisch. Nein, das ist zwar nicht ein Lift... Das ist irgendwie... Es geht den Boden hoch und unten ist Lava. Lava. Die Leute... Scheisse. Was ist das für ein Gebäude? Scheisse, da hinten hat es. Ganz eine schräge Sache. Ganz eine schräge Sache. Ganz eine schräge Sache. Was ist passiert hier? Warum geht es so falsch? Hast du schon eine gute Frage? Alter, wo war das vorher? Vorher ist doch einfach das gute Gebäude... Ach du Scheisse, wann noch sind wir da? Ja... recht schlecht. Das hat schon ein bisschen Half-Life-Feeling, muss man also schon sagen. Das ist wirklich... Und schon wirklich ein bisschen rüber. So ein bisschen so. Das tut keine Ahnung, gell? Ich laufe jetzt einfach mal am Weg nach. Also... Jetzt ist doch gestanden. Abschnitt 2. Jeder Mitarbeiter ist verpflichtend einen Schutz haben zu tragen. Das ist eine vorige Kündigung, gell? Ich glaube, wir haben gerade andere Probleme. Ja, gehe ins Licht. Alter, ich würde genau nicht hierher gehen, Mann. Ich würde genau ins Auto einschneiden und tschüss. Das sieht doch mal super creepy aus, Mann. Super duper creepy. Du getan hast... Du hast diese h Philadelphia gemacht. Du bist all's gemacht. Du bist ein comezi student. Du bist Capitol. Du bist είναι auf Carboni, Mann. Oh, oh. Ja, Jackpot, oder? Hast du es gut gemacht, Nora? Echt gut hast du es gemacht. Oh, äh. Bei 1 Sekunde. Scheisse, Mann. Ja, aber... Ähm... Was hast du abströck? Ja, ja, ja. Endlich. Jetzt, du kommst du weg. All right. Das fühlt sich so wunderschön. Oh, verdammt. Oh, mein Gott, ist das richtig? Haha, er schwebt ja einfach weg. Ist das supposed to happen? Ist das supposed to happen? Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. What the hell? Oh, mein Gott. All im's andere Dimension und so. Okay, 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 okay. Holy shit, shit, shit. Okay, und Loading. Ja, keine Ahnung, jetzt sind wir irgendwie in eine andere Dimension kreist oder so, wie es ausgesehen. Und jetzt sind wir wieder da. Oder auch nicht. Wahrscheinlich nicht. Huh. Guter Text hast du geschrieben. Das ist irgendeine Bibliothek oder so. Ja, das ist eine Bibliothek. Schräg, Mann. Das Ganze ist schräg. Wo sind wir jetzt gelandet? Was ist das da alles? Und warum ist die Türe so klein? Und was ist das für ein Theater? Irgendwie runter. Komm runter. Dann schwebt er weg. Bist du da der... Bist du da der... Einfach ohne... Ohne Bewegung, Mann schwebt er weg. Das ist super feister, Mann. Ich sehe einfach gar nichts. Noch besser. Oh shit. Hehehe. Was geht da runter? Geh ins Licht. Jaaaa. Schräge Sache, Mann. Scheisse. Schräg, Mann. Schräg, Mann. Schräg, Mann. Aber geil gemacht ist es. Geil gemacht ist es. Geil gemacht ist es echt bis jetzt. Also... Das sieht... Es sieht gar nicht so schlecht aus. Für das das Game 2... 3-jährig ist. Keine Ahnung. Präsentation. Gehen wir doch mal die Präsentation schauen. Vielleicht finden wir den Walter dort. Den Walty. Oder auch nicht, he? Ähm. 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 Okay. Hammer. Hammer. Komisches Werkzeug. Da ist nichts. Raytracing in the house. Was? Ah. Vielleicht hier öffnen. Ja, schau mal wie schön. Trölle. Ah. Zehn Jahre, zehn Jahre. Walter! Walter! Jep. Den brauchen wir wahrscheinlich da. Haha. Okay. Okay. Wir haben eine Lampe. Keine Ahnung, die sie jetzt rausgezogen hat. Aber wir haben eine. Nice. Oh. Das war clever. Ich hätte dich ganz aufgetragen. Haha. Oh Mann. Jetzt wird's eklig. Was bist du? Oh, eine Battery. So gut. Was bist du? Spiel speichern. Ja, wir müssen das mal machen. Ja, ja. Utensiel. Ein Gips-utensiel Mann. Hör doch auf. Was? Hm. Was ist das? Was ist das? Ein Roboter? Hier. Hier. Hier ist irgendein Archiv. Nehmen. Ja. Ehhh. So gut. Do it. Hm. Also komm, gehen wir den Roboter gut kaputt hauen. Was bist du? Batterie voll. Okay. Bitch. 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 Irgendwelche Überraschungen. Nein. Nein. Hey Robi. Wo bist du durchgerannt? Robi, Robi, Robi. Das Bildung killet uns jetzt einfach wie, 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 wie fliegen. Muss jetzt schauen. Ein Elevator? Vielleicht ist das der Weg aus diesem schuldigen Ort. Da geht's. Ich will nicht lesen. Wie viel Säure, Mann. Einfach so zusammen rausnehmen. Halpetersäure. Ja, nehmen wir doch auch noch eins mit. Du weisst nie, wenn du es brauchst. Weisst nie, wenn du es brauchst. Weisst nie, wenn du es brauchst. Ich weiss nicht, wer du bist. Aber wenn du länger leben willst, dann solltest du wahrscheinlich rauskommen. Dann sag mir, wie. Der Elevator braucht Kraft. Was hat er gesagt? Steam Machine irgendwo im Hintergrund, was? Orthobodauzonsäure. Ich kann noch eins mit. Was bist du? Deuterie, irgendetwas. Nehmen wir auch noch eins mit. Was bist du? Ammoniak. Nehmen wir auch noch eins mit. Und. Apatite. Apatite. Ja man, das war so richtig. Okay, die Physik ist nicht so. Also Zerstörung, besser gesagt. Ist nicht so ein Start. Also was hat er jetzt gesagt, da kommen wir da jetzt auf. Ja, geil. Irgendeiner von denen vielleicht. Das ist geil, zum Glück haben wir Messer an den Arm. Macht es eben auch einfach. Hm. Das ist nicht irgendwie die Tufel oder was. Aber da sind wir ja hoch. So. Ja, ist jetzt noch eine gute Frage. Ja, gell. Er sollte halt zuhören. Hat es wahrscheinlich einfacher gemacht. Aber ja, hätten wir ja nicht anders, gell. SMG-Munition. Okay. Strom. Strom, 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 Strom. Retour. So, durchs Loch. Nein, wenn wir da zurückgehen. Nein, da kommen wir nicht rauf. So, ist fertig. Da kommen wir nicht mehr zurück. Da kommen wir auch nicht rauf. Da kommen wir nicht rauf. Wird auch nichts nach Strom einschalten oder rauf gehen aus. Alles geht in den Boden. Alles geht dort oben raus. Wir werden irgendwie in den Tufel kommen, Mann. Irgendwie ist das Gefühl, wir werden irgendwie in den Tufel. Die Frage ist. Pfeilflasche. Okay. Auf die Hurekäste. Hoppa. Wahrscheinlich nicht, oder? Ähm, ja. Habe ich schon gesagt, dass ich so Sachen an Games total hasse? Habe ich das schon jemals gesagt? Ich glaube, ich sage es in jedem Video, aber... Ah. Muss der Mann irgendwie... Warte nicht lesen. Also. Kabel. Gehen da rauf. Rauf, rauf. Und das geht dort hinten. Und das geht dort hinten. Und das geht durch den Tisch. Dort vorne. Okay. Hei. 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 Verdammt. Das muss doch irgendwo etwas sein. Da ist doch so viel Zeug gehabt. Da muss doch einfach irgendwo, muss doch einfach irgendwo etwas sein. Hei. Kann doch nicht sein. Ah, eine Schreibmaschine. Speichern. Ja. Ah, Rostempfer... Was, 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 was? Propan, Apatit und Schwefelsäure. Ah, schau auch da, schau auch da. Oh, also. Apatit und Schwefelsäure. Ähm... Apatit... Und... Ja, was ist Schwefelsäure? Was da? Schwefelsäure, das haben wir doch irgendwo... Wir haben das nicht irgendwo aufgelesen. Apatit... Apatit und Apatit und Apatit. Also Schwefelsäure. Und dann fall da über schnell... In anderen Raum. Schwefelsäure. Dulfuric Acid. Es ist halt blöd, dass... Deutsch und äh... Englisch... Ich weiss doch nicht, was Schwefelsäure auf Englisch heisst, Mann. Okay... Oh... Nooh, sorry. New South Vault. Ah. Awesome. gut und dann nice rust remover maybe i can find something to remove the rust ah, schau mal wie schön du schau mal wie schön Pistolettenmunition obwohl wir keine Pistoletten haben kann die sicher irgendwo übersehen wenn du fast etwas darauf willst aber egal egal also die Welt sieht nice aus da haben sie sich richtig müde gegeben sieht richtig nice aus auch da ist irgendein rätsel wieder irgendetwas ist da wieder ich habe sie aufgenommen tinder sticks ok ok einfach alles mal einschalten das ist auch kein Plan was müssen wir machen wo sind wir da was läuft was geht da gut 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 ja Ja, lustig, lustig, tra la 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 la. Ich darf vielleicht einfach... Nützt auch nichts. Ich weiß nicht, dass die verdammt werden muss, aber... Ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich weiß nicht nicht. Hm, 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 hm. Also warte jetzt, wir haben Wasser und Kohle. Ah! Warte mal, wir haben doch die verdammten... Ja, Mann. Yeah, Brudi. Okay, Kohle, Wasser. Jetzt nochmal trillen da. Ja, schau auch, wie schön. Schau jetzt, wie's trillet. Uh, ist das nicht gut. Autsch. Irgendwie trillet. Irgendwie trillen. Irgendwie trillen. Ja, hier. Es geht ja fast. Bisschen. Bisschen. Ja, ich weiß nicht, ob ihr das ist. Autsch! Idiot! Ja, und jetzt? Kann man da irgendetwas machen? Haben wir jetzt Strom? Und vor allem, wie kommen wir da wieder raus? Indem wir da drinnen? Aha! So! Haben wir jetzt Strom? Uh oh! Ähm... Schon gerne etwas zum Schiessen, also das ist ja ein wenig schwierig da mit diesen zwei Kollegen da, also... So, fahren wir mal raus! Ah, schau da! Eine Pistole! Nice! Schau mal da! Geheimgang! Oh, Moment! Da hat's... Scheissgesichter! Schau mal! Ah, da können wir gar nicht durch! Ach du Scheisse! Was ist da hinten, du? Oh Mann! Ach du... 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 Ich bin... brauchen munition und zwar dringend dringend munition und das labor klasse jetzt sind wir oben dran. so komm. jetzt tut doch nicht schwierig und geh da rauf. gibt es doch gar nichts. geht tatsächlich nicht wenn halt nicht dann gehen wir halt da durch da ist zu ja clever so weiss nehmen was können wir da nehmen dann auf da denn da oder nicht aufs christlich mann doch da drauf. Ja, so. Hopp. Hey, schon ein super Kunstwerk. Ist das so schön ausgestellt? Ist es jemand da? A human voice? Hello? Uh, es ist du. Du hast es geschafft, den elevator. Congratulations. Who are you? Well, das ist was ich wollte dich fragen, weil, du, du kamst hier, nicht die andere Richtung. Well, ich bin, ich bin nur ein Traveler. Ich bin nur ein Traveler. Oh, ich bin nur ein Traveler. Oh, ich bin nur ein Traveler. Ich bin nur ein bisschen mehr informierter. Okay, ich bin von... einem anderen Ort. Und ich bin nur hier, um jemanden zu suchen, die hier vor mir gekommen ist. Well, willkommen zu Hakkowik, dann. Eine Frau von einem anderen Ort. Ich bin nur ein Gewalt. Ich habe ein paar Schmerzen. Aber ich habe ein paar Schmerzen. Ich habe ein paar Schmerzen, aber... Ich habe ein paar Schmerzen hier in über 20 Jahre. Das kann nicht sein. Vielleicht kann es nicht. Aber es ist die Wahrheit. Das ist die Wahrheit. Die Stadt wurde evakuert... ... 10 Jahre vor. Well, vielleicht dann, du ihn erst mal erinnert. Vielleicht du... Ah ja, du kommst aber früh, du Frau, hey, yo, du bist clever. Die Tür ist zu, ja, dann gehen wir mal hoch, vielleicht, was wir haben. Ja, ich glaube, hoch geht's nicht, he? In dem Fall doch, aber jeder Raum hat irgendeinen Scheiss zu finden, man. Geht doch nur Roboter-Killer in einer geilen Welt, man. Komm, ist das hier ein Lift, kommen wir mit dem hoch, vielleicht? Lift? Nein. Ähm... Das sind wir doch einfach die Leiter, gell? So gut. So gut. Beste Türe. Aha, Möbel, haha, wir haben dich überlistet, haha. Viel gespeichert. Munition. Wir suchen deutlich mehr von diesem Zeug. Geht doch einfach an, den Weg, dann. Geht doch einfach an. Das Musik ist eine李 in der Welt. Das Musik ist creepy als düst. Aber ein Ding zu gutie, um, zu beden. Du bist einfach hier. Du bist hier bei dir. Ich bin schon so sicher, dass es die Musik hilft oder macht es schlecht. in der munition einfach nicht einfach nicht aber es ist schon sehr hoffleife auch mit den kabel und es ist sehr sehr hoffleife es kommt nicht an die qualität von half life natürlich vom gameplay und so aber und jetzt sind wir da wo wir eigentlich vorher hochgeschaut haben du hast die zähne verlassen aha loading so gut wir sind wieder in der geister zwischenwelt wieder in der bibliothek das mal in einem anderen stock es ist sehr verwirrend das ganze und die stimme her oder die stimme wir sind wieder hier raus wieder offen ah tatsächlich so schön wir brauchen munition ha da sind wir wieder irgendwie ins déjà vu jetzt kommen wir zu oben runter schau wie schön ok wir sind doch komisch man jetzt auch nichts zum lauten oder so geh ins licht schräg man ganz schräg jura sache ist das da ganz 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 schräg sache ok yeah walter walter w IDEN w IDEN w IDEN wwh wimos war im w w w w w Well, I'm all open for suggestions, Mr. Hidden Microphone Man. You see the building on the hill? Where all those cables lead to? That's the town hall. Well, it used to be. And? Just go there. It's safe up on the hill. And you might find information about your missing... What was the name? Walter. Walter Rebel. Right. Uh, uh, don't die, please. I'm actually starting to enjoy our conversations. Oh, sneaky-beaky, mother-likey, droge Beagle. Oh. I just need to go there. Das war's, Mann. Das war's, Klipp. Ich kann dich nicht alle angreifen, Mann. Ich hab keinen Schuss. Das ist voll scheisse. Hm. Das ist ja geil, dass sie davor rennen, Mann. Haha. Aber ja, das war's mit dem Muni. Was zum Fick. Jetzt kann man nicht einmal dem seine Knarren nehmen. Ja, super Sache. Schön. Ah, schön. Schau mal. Ach. Ja. Was ist das gewesen? Sieht aus wie? Äh, wie hat's geheißen? City 17, glaube ich. Half-Life. Wir haben einmal mehr sicher. Wir haben noch nicht. Also, woher ist? Wir haben noch nicht. Wir haben noch nicht. Die ganze Stadt wurde nach acht Jahren verabschiedet. Atlas war zu stark. In der Endeffekt. Ähm. Atlas? Oh, sorry. Oh, diese Maschine-Ther. Ich will dich nicht. Sie sind Atlas. Hello? Still there? Ja, ja. Uh, I'm here. I'm sorry. How long ago was this? Uh, let me think. Atlas has been around for about 20 years? Yes. Hakovic... ...was evacuated 10 Jahre ago. Oh, es hat already been that long. Time flies. Yeah. It sure seems to... Oh, uh, wait. Hold on a sec. Hmm. Ja? Oh, das war immer wieder. Oh, nicht energie? Sorry. Uh, I had to get the kettle off the boil. It's okay. And who is this Rosendahl? Oh, Rosendahl. He was our king. He tried his best. But even he wasn't strong enough to fend off Atlas. Uh, I see. Well... Over and out, I gotta think. And you drink your tea. I'd concentrate more on fighting than thinking. But that's just me. Hehehe. What the hell is happening here? That's a really good question. And what the hell is happening here? What the hell is happening here? Nice. Muni. So, come, colleague. We need the Heilflasher. Heili, heili. Heiliflaschi, come. Heiliflaschi, where are you? Heiliflaschi. I have a heiliflaschi. Overall, we'll come here again. How! We'll come here and move to theue. Okay. I think this should not be so... Einhören. So, wupp. 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 Nachwechseln. Falls irgendwo wieder etwas zu oben kommt. Wupp. Wohlenmuni. Hier findet man Zeug. Da müsste man einfach ein verdammtes Medizinflasch haben. Aber es ist gut, dass ich das erst jetzt begriffen habe. Mit den Kisten. Nichts. Nichts. Was? Munition voll. Nachladen. Munition voll. 32 Geschöss. Alter, was läuft mit dir? Spiel gespeichert. Ja. 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 Okay. Und das kommt. Ja. Die sind kaputt. Ja. Warte. Wir haben nach vorne. Scheisse. Die Musik. Sie gehen. Ganz kaputt. Ganz kaputt. Der ist jetzt zu krassig gewesen. Haben die eigentlich auch Köpfe? Oder wo schiesst man da am besten hin? Ich bin ein Roboter, Mann! Ich bin schon ekelte Hurengestalt in den Kopf, verdammt. Schlimm. Einfach gerne eine Heilflasche, ich habe noch 1mm Leben. Also bitte, was haben wir? Oh! Eine Schrotflinte, aber nur zwei Schüsse. Komm, gib mir doch einfach eine Heilflasche, Mann. Eieiei, kann doch nicht so schwierig sein. Yo, hahaha. Scheißgrind. Heilflaschli. Nüüd. Keine Heilflaschli. Keine Heilflaschli. Hey, was ist das für ein Geräusch, Mann? Ist anders nervig. Hä, von wo kommt das? Ganz schwierig zum Orten, wenn ich... ...und ich... ...mit... ...vom Gehör aus, so. Ja, der nächste Schlag jetzt ist... ...das war's, dann sind wir weg. Und das war's dann auch fürs Video. Aber... Es kann doch nicht sein, dass wir jetzt einfach nicht... ...einfach kein Flaschli gefunden haben. Hey, was ist das? Also, zwischendrin mal ein Heilig-Dings wäre ein Schockesache. Oh, guck, guck, guck! Oh, guck, guck, guck! Woof! Oh, noch einer! Woof! Ah, ihr ekelige Gestalt, ey! Gib mir ein Heilflaschli! Ja... ...seht schlecht aus. Man hat hier gebiegert. Stollen wir mal ein wenig brauchen. Da ist es zu. Und wir haben immer noch keine Heilflaschli. Es hat einfach 50... ...Wäge da, Mann. Eine Heilflaschli! Immerhin halb voll, he? Ja. Ach, schön. Als Heilflaschli gefunden. Oh, you asked who Rosendoll is, right? I've got an old, um... Where is it now? Ah, I'm gonna... Tape recording from the last industrial festival. Ten years of peace and safety. Ten years of industry. Ten years of industry. Walter? Citizens of Hakovic. What? Walter, wait... Wait, 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 wait. That's Walter's voice. What's going on here? Atlas failed to diminish us. Atlas failed to scare us. Atlas failed to scare us. This is the man I'm looking for. Where is he? Rosendoll. You're going to stand strong against the metallic evil outside our city walls. You mean... You're looking for Rosendoll? No, no... Yes, I... I'm looking for Walter. Walter Rebel, not Rosendoll. But this is King Rosendoll. Walter Rosendoll. It's his voice. His recording. Even the statue. I understand. And I don't know what's going on here. His voice. His statue. I'm so confused. I want answers. Yes, I'd like a little clarity on this matter myself. Then help me. Where is he? It's like I said. He left the city after the evacuation he organized. Just continue your way to the town hall. To his old office. Maybe you can find out where he headed out to. What's the fastest way? You have to cross the old Rosendoll factory in front of you. After that... You can't miss it. Walter Rosendoll? Are you kidding me, Walter? Oh shit. Es wird immer verwirrender. Aber... Ich würde sagen... Das ist eine gute Szene zum Hören. Wir hatten jetzt einen guten Einblick ins Spiel. Es sieht super aus. Kann man nichts sagen. Wirklich wie Half-Life. Der Style ist auch sehr Half-Life. Die Roboter sind... Okay. Die Munition ist sehr knapp. Alles ist sehr knapp berechnet. Ähm... Ja, mit dem Leben haben wir jetzt halt Glück gehabt. Aber ich denke... Für das Video ist es jetzt das gewesen. Noch ein Schuss für den Walter. Putsch. Und dann würde ich sagen... Wenn es euch gefallen hat, hinterlöhn einen Daumen. Einen Kommentar. Wie auch immer. Wenn nicht, auch egal. Und wir sehen uns eventuell beim nächsten Mal. Ciao, Walter. Atsch. ... Vielen Dank.